. Nicht im TV gezeigt, Catherine erzählt heiße Sex-Geschichten. Bei Promi Big Brother geht es in diesem Jahr wieder einmal heiß her. So sorgte Sofia Weggers, 30, mit ihrem Baby-Nebs für eine riesige Überraschung. . Auch das erste Aufeinandertreffen von Ex-Bachalor Daniel Wülz, 33, und seiner angeblichen Affäre Catherine Schulze, 25, war äußerst pikant. Doch nicht nur die ausgestrahlten Szenen sorgten bisher für bestes Drast-TV-Entertainment. . Die nicht im Fernsehen gezeigten Aufnahmen haben es ebenfalls in sich. Da plauderte Catherine zum Beispiel aus dem Sex-Nähkästchen. . In einem Video, das Saat.1 nun lediglich auf seiner Internetseite veröffentlicht hat, packt die Blondine über ihre Zeit bei der Kuppel Solo Weisland aus. . . In der vergangenen Staffel im Spätsommer 2017 verguckte sie sich in Co-Teilnehmer Mika Heiter. Die beiden hatten sogar ein heißes Schäferstündchen vor laufenden Kameras. . Wenn die gemerkt haben, oh, da geht aber einiges, dann kam eine Nachricht, Catherine, du verbringst heute die Nacht im Liebesnist. . Wen möchtest du gerne mitnehmen? Erzählte die 25-Jährige ihrer neugierigen PBB-Mitbewohnerin Katja Krasavis, 22. . In einem Seepare mit Campagner und Rosenblättern konnte es dann, unter öffentlicher Beobachtung natürlich, mit dem Auserwählten zur Sache gehen. . . Doch Catherine und ihre Liebesmitstreiter wurden durchaus kreativ, wenn ihnen nach einem ungestörten Techtel Mächte war, manche haben es unter der Dusche gemacht, manche haben sich eine Höhle gebaut. Mit TV-Sex kennt sich die Ex-Chur wie Supermodel-Kandidatin also aus. . . Ob es auch bei PBB dazukommen wird? . 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